Eindeutig, in Saint-Germain, nur diesen einen Verhandlungslager zu nennen, tritt die Staatswilke jetzt an die Stelle des Volkswilkes, in verschiedener Form. Erst einmal die Zuweisung der Kriegsschuld. Nein, Schuld am Krieg sind die Verliererstaaten. Und wer schuld ist, der zahlt sozusagen Schadenersatz, würde man im privaten Begriff sagen. Also es geht darum, wer zahlt die Reparationen und die Reparationen, die zahlen eben die, die verloren haben. Aber nicht nur, weil sie verloren haben, sondern weil sie den Krieg begonnen haben. Weil sie gegen Regeln des Völkerrechts, gegen jeden Amtsstand und alles Mögliche einen Krieg von zusammengebrochen haben. Sie werden wissen, dass man sich damit ja in der Geschichtsschreibung gerade im Rückblick auf 1914, in den letzten Jahren sehr viel Kopf zertrocken hat. Und eigentlich muss man sagen, dass in der Geschichtsschreibung, die sie allein schult, Deutschlands und Österreichs, dass die mittlerweile eintaktiv widerlegt ist. Und setzt sich wahrscheinlich erst ziemlich langsam durch. Und das ist auch wichtig. Von einer einseitigen Schule, Deutschlands und Österreichs kann angesichts der russischen Mobilmachung und altmöglichen anderen Initiativen, auch positiver Initiativen, eigentlich keine Rede sein. Aber in den Paris-Vororten sieht man das natürlich auch nicht. Es geht um die Reparationen, die so hoch sind, dass nicht nur vernünftig denkende Menschen, sondern auch die Fachleute gebaren haben, so viele Reparationen von Deutschland zu verlangen. Man hat das dann immer weiter heruntergesetzt, weiter heruntergesetzt. Aber Deutschland hat bis 1952, bis 1953 noch immer Reparationen gezahlt. Es geht zweitens darum, die Verliererstaaten zu schwächen. Also es sollte vom deutschen Gebiet nicht abermals ein Krieg ausgehen. Österreich ähnlich, aber das ist ja jetzt relativ klein und keine Gefahr. Immerhin durch die Beschränkungen der deutschen Wehrmacht auf ein 10.000 Mann, auf ein 100.000 Mann her, des österreichischen Bundesheils auf eine Stärke von 30.000 Mann, die nie erreicht worden ist. Im Übrigen stammten diese Armee, 100.000 Mann und 30.000 Mann, unter anderem einer Kriegsstärke Frankreichs von 5,5 Millionen und der Tschechosburg-Partei von 1,2 Millionen gegenüber. Es gibt die Gebietsabtretungen, vornehmlich an die Siegerstaaten, in vielen Fällen ohne die Bevölkerung zu glauben, ohne den Verkohlen und es kommt eben zu Volksabstimmungen in Artengebieten, die bei uns doch für Österreich ausgehen, wie sie diesen etwa im Kern. Die Grenzziehungen erfolgen in keiner Weise sozusagen entlang den Sprachgrenzen, entlang dem Volkswillen, wenn Sie so wollen. Die Gründe für die Grenzziehungen, ich will das mal kurz zusammenfassen, waren unterschiedlichster Natur. Sie waren natürlich einmal strategisch bedingt, nicht? Sie waren auch dadurch bedingt, dass man Verkehrswege auf einem Staatsgebiet zur Gänze beläst. Beispielsweise die Bahnlinie von Duntenburg-Nachzneim auf tschechischem Gebiet. Egal wie jetzt die Volkswunstgrenze verlauft. Der Bahnhof in Münz beispielsweise kommt an den Tschechos-Grober-Partei. Gmünd wird dadurch geteilt. Die Staats- und auch Bundesbahnhof müssen an den Bahnhof bauen in Gmünd. Und da gibt es jetzt noch viele Beispiele, mit denen ich Sie mitbeheben möchte. Zu den strategischen Erwägungen gehört beispielsweise auch der Vorort von, ich sage das jetzt bewusst, von Bratislava, nämlich von Petroschalka, das heißt Engarao, früher mit Bratislava, mit Pressburg, wo schon eben keinen ausseräuschener Räumlichen Kontakt hatte. Aber da füge ich da unten ab, ein Brückenkopf an die Tschechos-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Grober-Feremos. um von dort Ungarn oder eben Österreich leichter bedrohen zu können. Das ist also selbstverständlich nicht, dass man nach Gratislava fährt und in Petroschalka aussteigt, was eigentlich früher mal ganz anders war. Etwas gibt es allerdings bei uns in Mittlerer Europa noch nicht. Nämlich, dass man die Bevölkerung ausgetauscht hat. Das geschah ganz massiv zwischen der Türkei, der türkischen Republik und Griechenland. Das ganz grob kann man sagen, die Griechen aus Kleiner Asien wurden auf die Insel verschifft. Die Türken, die es im griechischen Staat gibt, die konnten wieder zurück nach Kleiner Asien. Eine ganz, ganz große Bewegung in beiden Richtungen. Da kann ich sagen, von so etwas blieb Mitte-Europa ja verschont. Noch noch verschont. Das stimmt in einem Fall, aber überhaupt nicht. Das stimmt im Fall von Elsass-Lotringern nicht. Denn die Deutschen, die in Elsass nach 1871 zuzogen, mussten das Land verlassen. Und in den Jahren, gleich noch dem Ersten Weltkrieg, spielten sich daher auf der Donaukrücke zwischen Straßburg und Visavi in Kegel in Deutschland, angeblich, kann man in der Literatur nachlesen, unter anderem von Memoaren aus der Familie Weizsäcker mit, die dann an einem Bundespräsidenten steckt, Szenen auf die Pi. Genau wie später, nach 1945, Miener, bekannte Szenen, so und so viel Kilo Gepäck, Handgebäck, da mitgenommen werden, Sparkonten werden eingefroren und dann konfisziert. Und da ging eben ein ganzer Zug Deutscher von Straßburg hinüber nach Kegel. Und auf der einen Seite die französische, auf der anderen Seite die deutsche Grenze war, war sozusagen die Brücke Niemandsland. Und da berichten eben jene, die es erlebt haben. Auf der Brücke haben wir dann noch das verloren, was wir gerne mitgenommen hätten, wie Uhren und Ähnliches, und kam noch leichter am deutschen Urahn, als im französischen Weg gegangen. Aber wie gesagt, das ist in Europa ansonsten doch nicht geschehen. Doch nicht geschehen. Nun, dieses eklatante Negieren des Volkswilens ist auch nicht ganz auf, unter anderem, wie bei Europa beschränkt. Was vielleicht hier und da auch nicht so ganz im Bewusstsein ist, der kontinentale Europäer, das schon im Ersten Weltkrieg, die Gieren in Irland mit dem Aufstand begonnen haben, 1916, gibt es schon der Gutz der Aufstand. Und Sie vorstellen nicht, aber Großbritannien, die finden sich ja im Krieg. Und die Irren verlangen ihren eigenen Staat. Verlangen ihren eigenen Staat. Nun, die Grenze in Irland blieb lange umstritten, so wie wir es oft gewohnt sind. Neu-Irland, Brechtisch und bereits ein Freistaat. Das war ursprünglich wohl lange nicht so klar, wie die Grenze da verlassen wird. Aber vor allem strittig blieben bis zum Zweiten Weltkrieg nahezu alle Grenzen der neuen Staaten in unserer Europa. Also alle Staaten, die beginnend oben mit Finnland, über die baltischen Staaten, die Tegotorpei und so weiter, sich neu gegründet haben, bis hinunter auch zur türkischen Republik. Alle Grenzen waren umstritten, trotz der Verträge, trotz der Friedensverträge. Es gab Streitigkeiten mit dem Polen, rundherum, mit einer anderen Staaten. Und ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, welche Kleinigkeiten immer wieder für Unruhe gesorgt haben. Zum Beispiel die deutsch-polnische Grenze, obwohl im Vertrag von Versailles fixiert, ist von den deutschen Reichsregierungen im Prinzip nie richtig anerkannt worden. Es gab dann erst eine Reichsregierung nach dem 1933, die diese Grenze zumindest vorläufig anerkannt hat. Es gab Bündnissysteme zwischen diesen Staaten, die allerdings diese Unzufriedenheiten nur sehr oberflächlich unter einen Hut gebracht haben. Die sogenannte kleine Entente mit dem oster-europäischen Staat und dahinterstehen die französische Macht als sozusagen Protektionsmacht. Interessant ist, dass dieses ganze System von Versailles, wenn man es ja kurz nennt, wird doch zu Recht so nennt, auch im Westen Unbehagen hervorgerufen. Es gab genug englische Politiker, die auf Distanz gingen zu dem, was in Versailles passiert ist. Und Sie wissen, dass die USA diese Verträge, die sogenannten Pariser Forte-Verträge, nicht unterzeichnet haben. Also die USA haben Versailles und Saint-Germain nicht unterzeichnet, sind keine Vertragspartner dieser Verträge. Österreich hat mit den Vereinigten Staaten einen eigenen Vertrag abgeschlossen, sozusagen parallel zum Vertrag von Saint-Germain. Wenn man die beiden Verträge vergleicht, vor allem den Versailler Vertrag mit dem Vertrag für Deutschland, so ist das hoch auffallend, dass alle diese diskriminierenden Bestimmungen, die Versailles enthält, also Deutschland ist schuld, also der ganze Vertrag, der ist ja in einem Atom gehalten, wie das ja dann Frieden überhaupt nicht förderlich ist. Das fehlt in dem Vertrag mit den USA, die ziehen sich zurück. Das ist so, wie ich sage, das Blended Isolation. Ich bin jetzt ein bisschen polemisch und sage, wir haben unser Geschäft gemacht und jetzt ziehen wir uns als Europa wiederum zu. In England, ein bisschen in Frankreich, kommt es zu einem Nachdenken. Es kommt zu der englischen Episement-Politik, nämlich zur Befriedigung dieser Situation in Europa. Und es gibt da immer einen Vertrag, der dann als typisch für diese Episement-Politik genannt wird. Das ist das München-Abkommen 1938. Das ist leider, muss ich sagen, eine absolut verkürzte Sicht der Dinge. Denn es liegt völlig klar auf der Hand, dass dieses München-Aufkommen 1938 nicht der Schritt war zu dem, was da passiert, sondern im München-Aufkommen ist ausdrücklich ein Hinweis enthalten auf bereits vorhandene Absprachen tatsächlich, auf Großbritannien und Frankreich, die Tschechoslowakei, grundsätzlich dazu gebracht, auf die sowjetendeutschen Gebiete zu verzichten. Auf die sowjetendeutschen Gebiete zu verzichten. Und Sie werden es vielleicht detailliert auch besser wissen, dass die Engländer, die auch gesagt haben, wir wollen uns das mal aufhören, wie das da jetzt wirklich ist in der Tschechoslowakei, in der Volksgruppe. Wir schicken da einen sehr integren Mann nach Tschechoslowakei, der sein Erfahrungen hat, denn er ist im Historikerkreis und bekannt bis heute. Runciman hat eine Geschichte der Kreuzzüge geschrieben. Dadurch hat er es jetzt empfohlen, sich über die Tschechoslowakei ein Urteil zu ziehen. Das geschah auch, und Runciman hat der präsentischen Regierung empfohlen, so geht es nicht mehr weiter. Die Deutschen wollen in der Tschechoslowakei überwiegend los von diesem Staat. Sie begnühen sich auch nicht mehr nur mit der Autonomie, sie wollen es so weg, und das können wir auch kommen, und dafür dann die Kronen. Das heißt, das System von Versailles ist ins Wandel geraten. Und die Tschechoslowakei, oder mit den Uhren, ist wohl das beste Beispiel. Davon profitiert hat, aber nicht nur Deutschland, das haben alle sich an der Tschechoslowakei jetzt bedient. Die Polen sofort, das Tschechoslowakebiet, und das Olsagebiet, die Slowakei, wie Sie wissen, wird dann zum selbstständigen Staat, das haben alle diese Grenzprobleme, die sie die ganze Zeit haben, jetzt mehr oder weniger in ihrem Sinn lösen können, und so Ungarn beispielsweise mit erheblichen Gebieten in der Südschlowakei, die dann zu Ungarn. 1945 kann man jetzt sagen, beginnte man sich das asiatische Muster in der Türkei-Griegengang und hat rückkehrend zu der Orden von Versailles eben, wenn man das lüchtern sieht, die Parole befolgt, die Staatsgrenzen müssen auch Volksgrenzen werden. Nicht, die Volksgrenzen müssen Staatsgrenzen werden, sondern umgekehrt, und das machen wir einfach so, wir siedeln die Leute aus. Da brauche ich Ihnen nicht sagen, wie das tatsächlich in dem einen oder anderen Staat passiert ist. Interessant ist vielleicht, dass ja die, die ausgesiedelt wurden, nicht in ein gelobtes Land kamen, die deutschen Städte waren zerbompt. In Deutschland war Hunger, alle Teilen. Da wäre noch viel ärger gewesen, wenn nicht unter anderem die Amerikaner ihre Überschussrationen, die sie für die Soldaten nicht mehr brauchen, jetzt zur Verfügung gestellt haben. Echt? Also wenn man nach dieser Ausgesiedelten dort gelassen hätte, wo sie waren, wäre sie dann wesentlich besser gegangen. Wäre sie dann wesentlich besser gegangen. Aber Churchill beispielsweise hat zwar nicht die Vertreibung jetzt begründet, aber Churchill hat begründet, warum man jetzt die Vertriebenung aufnehmen kann im Rest des Deutschland, in Deutschland, in die Grenze von 1937, wie es wahrscheinlich ist, nämlich damit, dass es ja in Deutschland eine massive Entvölkerung gab, die toten Soldaten, die tote Zivilbevölkerung in den Bomben kriegen. Da ist ja jetzt Platz. Vielleicht hat das zynisch gemeint, vielleicht hat das auch ehrlich gemeint, aber jedenfalls, es ist nicht ganz falsch, sozusagen, in dem Rest, in Deutschland, in den Rest von 1937, gab es ja tatsächlich ein bisschen Platz durch die Millionen von Togluck. Es ist aber eine absurde Argumentation und man könnte sie heute ja nicht einmal mehr benützen, denn Heidschburg wäre ja eigentlich kein Platz durch einen dritten Weltkrieg geworden. Der Ostblock mit seiner kommunistischen Diktatur hat es dieses Auseinanderkraften von Staatsbürgern, Volkswille überdünkt, klein gehalten, zumindest eben durch die kommunistische Diktatur in den verschiedenen Staaten. Natürlich war doch immer ein bisschen die Rede davon, in Jugoslawien haben eigentlich die Serben das Sagen und weniger die Kroaten. Ach ja, da gibt es noch die Slowenen, aber wir sind in einem 1,5 Millionen. Aber die Serben ist eigentlich doch ein Großserben. Und in der Tschechoslowakei, die nach 1945 einen Anteil verloren hat, der vor dem Zerfall der Tschechoslowakei nie die Stellung bekommen hatte, die sie hätte haben sollen, nämlich die Karpato-Ukraine, das ist der ganz östliche Zipfel, die Autonom hätte sein sollen, in dem eigenen Landtag ist nie geschehen. Da war es wohl auch klar, dass die Tschechen kommen, dass die Tschechen die Slowaken kommen. Wie der Ostblock zerfällt und wie die Demokratie dort einzieht, also sagen wir so, wie demokratische Verfassungen dort erlassen werden, bricht der Nationalitäten Gegensatz aber auch. Das haben wir ja nicht verletzt. Es entsteht der phlobatische Staat, kann man gut erinnern, ein tschechischer Kollege zu mir gesagt hat, ach, wenn die Slowaken ihren faschistischen Staat haben wollen, dann sollen sie ihn bloß haben, nicht? Also die Slowakei ab 1938 war ja so, ja, faschistische Widerstaaten. Die Slowenien haben sich von Jugoslawien relativ friedlich abgetrennt, aber der Zerfall Jugoslawiens war schon ein Koror insofern, als dort Krieg, Bürgerkrieg, Genozid an der Bevölkerung, die man der anderen nahezu zum Alltag gehört hat, bei diesem Zerfall von Jugoslawien. Also viele Dinge, wo man gedacht hat, das kann doch nur unter diesem und jenen diktatorischen Regime passieren, passierte in Jugoslawien in einer in Behandlungszeichen friedlichen Zeitung. auch die Auflösung der sowjetischen Rettor der ODSSR ging ja auch nicht so ganz friedlich quasi nicht. Also in Mittelasien etwa oder in Süd-Süderasien war das kein friedlicher Umgestaltungsprozess. Plötzlich entdecken alle ihre Nationalität und man kann sagen, die Idee der Demokratie führt natürlich zu der Überlegung zu sagen, ja, wenn das Volk herrscht, wer ist denn das Volk? Wie grenzt sich das Volk gegen andere Weltbearbeit? Oder ist es einfach die Summe der Staatsbürger, egal, welche Sprache sie sprechen? Und dieses Erlebnis hatten wir nie. Siehe, ich sage es noch einmal, eben Jugoslawien. Plötzlich war die Serben und die Quartikoraten und die Bosnien und die Herzegovina und die muslimischen Bosnien und die Serbischen Bosnien und so weiter und so weiter. Ukraine, sollte man auch erwähnen, wenn die 19. Jahrhundert gab es